Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, Sie leisten seit Wochen zu Tausenden an Ort und Stelle zivilen Widerstand. Unsere Regierung sagt, wir handeln legal. Nicht die Legalität ist das Problem. Der gewalttätigen Durchsetzung staatlicher Macht gegen ihren breiten bürgerlichen Widerstand fehlt die Legitimation. Die Regierung missachtet die Grundsätze ihrer eigenen konservativen Grundhaltung. Nach dieser konservativen Grundhaltung, die es früher mal gab, muss staatliche Machtausübung sich auf ein ordentliches, transparentes Verfahren stützen. An der Part Transparent mangelte es, wie die Zurückhaltung von Gutachten und der Protest zehntausender Bürger zeigt. Nach diesen Grundsätzen müssen Eingriffe in die gewachsenen Strukturen und in die Natur notwendig und verhältnismäßig sein. Die Notwendigkeit wurde von Ihnen mit guten Argumenten bestritten. An der Verhältnismäßigkeit wurden begründete Zweifel geäußert. Ich meine jetzt nicht den Einsatz, sondern den Bau. Nach konservativen Denken muss bei sichtbar fehlender Akzeptanz und selbst eingestandenen Informationsdefiziten auch im Hinblick auf die bevorstehenden Wahlen auf die Schaffung vollendeter Tatsachen verzichtet werden. Nach gutem konservativen Verständnis müssen einmal getroffene Entscheidungen korrigiert werden, wenn neue Erkenntnisse die Neubewertung einer vor 15 Jahren getroffenen Entscheidung notwendig machen. Ihre Forderung nach einem Baustoff und die Organisation eines Volksbegehrens ist begründet. Auch zahlreiche Befürworter von S21 sind dafür. Ein solches Volksbegehren ist nach unserer Verfassung, Artikel 5960 der Landesverfassung, auch möglich und durchführbar, wenn der politische Wille da ist. Wenn nun mit brutaler Polizeigewalt das umstrittene Vorhaben gegen die monatelangen Aktivitäten von Stuttgartern und Bürgern aus dem ganzen Land durchgesetzt werden soll, wenn das breite bürgerliche Engagement diffamiert und sowohl ergebnisoffene Gespräche wie ein Moratorium für ein Überdenken des Projekts abgelehnt werden, wenn hunderten gewaltfreier Bürger vorsätzlich mit Pfefferspray Augenverletzungen zugefügt werden und mit massiver körperlicher Gewalt auch alte und junge Bürger verletzt werden, dann ist dieses Vorgehen unverhältnismäßig. Und nach meiner Überzeugung rechtswidrig, also nicht mehr legal. Die politische Verantwortung und nach meiner Überzeugung auch die rechtliche Verantwortung liegt bei der Regierung. Sie hat die schlimme Eskalation gestern bewusst auf dem Rücken der Bürger und der eingesetzten Polizisten in Kauf genommen. Hunderte von vorsätzlichen Körperverletzungen an gewaltfrei demonstrierenden Bürgern lassen sich nicht rechtfertigen. Das Menschenrecht auf körperliche Gesundheit aus Artikel 2 Absatz 1 Grundgesetz steht höher als das politische Interesse, die S21-Entscheidung jetzt ohne bürgerliche Beteiligung durchzusetzen. Ihre Ausübung gewaltfreien Widerstands ist ein Menschenrecht. Grundlage sind die politische Betätigungsfreiheit, die Meinungs-, Versammlungs- und Gewissensfreiheit, Menschenrechte, die im Grundgesetz und in der Verfassung des Landes Baden-Württemberg garantiert sind. Sie haben das Recht, ihren Protest an Ort und Stelle zum Ausdruck zu bringen. Die Regierung sollte zur Besinnung kommen und den kollektiven bürgerlichen Widerstand ernst nehmen. Ich möchte aus meiner persönlichen Haltung einen Appell an Herrn Mappus, Herrn Reck und Herrn Schuster richten. Herr Mappus, Herr Reck, Herr Schuster, ich kann mir nicht vorstellen, dass auf Dauer Ihr Wille zur Macht und Ihr Wille die Macht zu behalten größer ist als das Gewissen. Ich spreche Ihnen jedenfalls die Möglichkeit einer Gewissensentscheidung nicht ab. Halten Sie inne, machen Sie einen Baustopp, machen Sie ein Moratorium. Wenn ein Mensch gestorben ist und Menschen schwerst verletzt wurden, dann gibt es eigentlich nichts anderes. Und wenn Ihnen das nicht genügt, dann möchte ich Sie an Ihren Amtseid und an die Landesverfassung, die ich jetzt zitiere, erinnern. Ich gebe jetzt die Worte der Landesverfassung wieder. Nach der Landesverfassung hat die Regierung sich der Verantwortung vor Gott und den Menschen von dem Willen beseelt, die Freiheit und Würde des Menschen zu sichern und der Berufung des Menschen zu dienen, seine Gaben in Freiheit und in der Erfüllung des christlichen Sittengesetzes zu seinem und der anderen Wohl zu entfalten. Wenn Sie das ernst nehmen, was in der Vorsprung der Landesverfassung steht und was in Artikel 1 der Landesverfassung steht, dann müssen Sie jetzt innehalten und die Sache befrieden. Und wenn Ihnen das nicht genügt, erinnere ich an die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts in der berühmten Brockdorf-Entscheidung. Dort wurde die Versammlungsfreiheit als Ausdruck der Volkssouveränität, als demokratisches Bürgerrecht zur aktiven Teilnahme am politischen Prozess und die Meinungsfreiheit als unmittelbarster Ausdruck der menschlichen Persönlichkeit und die Versammlungsfreiheit danach als Freiheit zur kollektiven Meinungskundgabe bestätigt. Und da das Bundesverfassungsgericht hier sehr plastische Äußerungen gemacht hat, möchte ich es gerne weiter zitieren. Die Wahrnehmung dieser wichtigsten Bürgerrechte bezeichnet das Gericht als Lebenselement einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Die Versammlungsfreiheit geht von der Notwendigkeit ständiger geistiger Auseinandersetzung, gegenseitiger Kontrolle und Kritik aus. In einer Demokratie muss die Willensbildung, sagt das Bundesverfassungsgericht, muss die Willensbildung vom Volk zu den Staatsorganen und nicht umgekehrt verlaufen. Und auch das, Herr Moppus, Herr Reck, ist wichtig, was das Bundesverfassungsgericht sagt. Das Recht des Bürgers auf Teilhabe an der politischen Willensbildung äußert sich nicht nur in der Stimmabgabe bei Wahlen, sondern auch in der Einflussnahme auf den ständigen Prozess der politischen Willensbildung. Das Bundesverfassungsgericht fährt fort, da große Verbände, finanzstarke Geldgeber oder Massenmedien beträchtliche Einflüsse ausüben können, während sich der Staatsbürger eher als ohnmächtig erlebt, verbleibt dem Einzelnen neben seiner organisierten Mitwirkung in Parteien und Verbänden nur eine kollektive Einflussnahme durch Inanspruchnahme der Versammlungsfreiheit in Demonstrationen. Sie bieten die Möglichkeit zur öffentlichen Einflussnahme auf den politischen Prozess, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.